Der FC Zürich feiert dieses Jahr sein 125-Jährigen-Bestand, kommt am 3. Oktober ins Stadion Letzigrund und erlebt die Uraufführung des Jubiläumsfilms «Nie auseinander gehen – live». Der FC Zürich ist für mich wie eine Familie. Es ist mein Verein und er wird auch mein Verein bleiben. Der Verein, der mir die Möglichkeit gegeben hat, Fussballer zu werden. Der FC Zürich ist der Klub des Volkes. Der FC Zürich ist für mich ein bester Bestandteil von meinem Leben. Hier! Hier! Das gibt noch gar nichts! Julio Filippo ist gut! Ein Stück Lebenswelt und ein Stück Kultur. Der Verein, der mich zur Nationalspielerin gemacht hat. 1, 2, 3 Familien, Nummer 4, FC Zürich. Ein Klub, der immer in meinen Herzen bleibt. Wegbegleiter. Ich glaube, das wird mich auch nicht mehr loslassen. Ein Arbeitsmittelpunkt, wo ich mich sehr wohlfühle. Eine grosse Jugendliebe, die ich wieder entdeckt habe. Der FC Z ist ein Traditionsklub, für den es sich lohnt zu kämpfen. Der identitätsbildende ist. Ein Verein, wo ich viel Erfolg feiern durfte. Das ist ein Klub, der mir aus persönlichen Begegnungen ans Herz gewachsen ist. Vor allem auch ein soziales Umfeld. Vor allem Leute. Immer noch mein Lieblingsverein. Ein Herz, 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 Herz! Vielen Dank.